Musik Ja, und wir machen das einfach nicht nur einfach so, sondern wirklich aus Überzeugung an, weil es uns alle total gut tut und mir auch andere Leute gut tun damit. Musik Einfach, Musik genau so, wie sie kommt. Supergeile Musik. Diese Freude für die Musik, für das Leben, für das gemeinsame Hier und Jetzt sozusagen und das gleiche sieht man dann aber auch im Publikum. Ich würde sagen, Queen Boy in Rhapsody, einfach weil es so unglaublich viele Töne sind. Es ist letztendlich ein reines Gefühlschaos, was man in der Musik findet. Sowohl positiv als auch, also man verarbeitet in der Musik einfach unglaublich viel, ich zumindest. Und dann pusht du dich in der Gruppe immer höher und da können Sachen entstehen, die einfach so gar nicht planbar sind. Und darauf anstufen, dass dieses Projekt gelungen ist. Musik So you think you can stone me, it's really my eye Bis zum nächsten Mal.